Da du ständig Gras zu fressen scheinst, nennen sie dich bestimmt alle Vielfrags. Hör auf damit! Wenn du ihr einen neuen Namen gibst, bringt sie das ganz durcheinander. Na dann verrate mir doch einfach, wie sie wirklich heißt. Ah, Schecke. Dankeschön. Hallo, Schecke. Oh! Und was haben wir hier für ein goldiges Schneeauge? Ich hab doch gesagt, du... Woher weißt du denn, dass ihr Name Schneeauge ist? Na siehst du, ich hab's von allein gewusst. Warte, ich bin's noch mal. Oh, du stinkst ja fürchterlich. Und offensichtlich scheinst du ziemlich schlecht gelaunt zu sein. Du heißt bestimmt Muffel. Sein Name ist Bernie. Er hat einfach keine Lust mit dir zu spielen. Außerdem hört er nur auf mich. Vielleicht liegt das daran, dass ihr beide Muffelköpfe seid. Verdammt witzig. Entschuldige. Hast du denn nie gute Laune? Nein, als Geißengeneral leistet man harte Arbeit. Ich muss sehr aufmerksam sein, weil ich für alle Tiere aus dem Dorf verantwortlich bin. Du kümmerst dich als Einziger um alle Ziegen aus dem Dörfli? Mhm. Da drüben steht Malla. Das ist die Ziege von Hans und Bärbel, genau wie Bernie. Schecke gehört auch den beiden. Und Schneeauge gehört Herrn und Frau Keller. Von wem Bärli und Schwänli sind, weißt du ja. Und Distelfink ist meine eigene Ziege. Wirklich? Du hast es aber gut. Komm jetzt. Wir müssen weiter. Die Weide ist da oben, am Ende des Berges. Alles aufgepasst. Vorwärts in einer Reihe. Bärli und Schwänli. Es geht weiter in Reihe. Kommt schon, bewegt euch, ihr Faulpelze. Sieht so aus, als hätten sie für heute genug Befehle erhalten. Von wegen. Die zwei machen doch andauernd nur, was sie wollen. Die können nur deinem Großvater gehören. Kommt jetzt. Hey, nein, nicht doch, Peter. Du darfst sie nicht schlagen, bitte. Natürlich schlage ich sie. Meinst du, ich lasse mir von dir sagen, wie ich meine Ziegen behandeln soll? Bitte, nicht mit dem Stock. Wenn du aufwirst, sie zu schlagen, dann gebe ich dir auch die Hälfte von meinem Essen. Die Hälfte von deinem Brot und deinem Käse? Mhm. Also gut, dann kümmere du dich um die beiden, wenn du meinst, du kannst es besser. Aber falls Bärli und Schwänli dir auch nicht gehorchen, dann esse ich auch dein Käsebrot und hole den Stock wieder raus. Ah. Jupp, jupp. Die Hälfte von deinem Brot und deinem Brot und deinem Brot und deinem Brot und deinem Brot.